Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo liebe Kunstbegeisterte und willkommen zur Besprechung von Ich, einfach unverbesserlich 4, hier beim Tele-Stammtisch. Ich bin's du und heute an meiner Seite ist eine ebenfalls kunstinteressierte Person, nämlich die Schlogger. Hallo Schlogger. Banana, ich bin auch dabei. Ich wusste, dass sie das machen. Sehr gut, hallo Schlogger. Ja, am 11. Juli kommen sie zurück, die Minions. Wobei es jetzt kein Minions-Film ist, es ist jetzt der Hauptreihe, wie damit fortgesetzt wird. Ich einfach unverbesserlich 4. Ja, das heißt, wir werden wieder eine neue Geschichte sehen rund um Ex-Super-Schorko-Gru und seine Patchwork-Familie. Schlogger, ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal im Tele-Stammtisch über einen Teil der Reihe geredet? Ich glaube nicht. Wir hatten schon diverse Animationsfilme, aber die hier noch nicht, soweit ich weiß. Gut, dann kannst du uns und auch mir mal bitte kurz sagen, wie stehst du denn zu dieser Ich-einfach-unverbesserlich-Reihe, zu den Minions und bist du Fan, bist du kein Fan? Gestehe. Gestehe. Also ich mag ja Animationsfilme sehr gerne, lieber 2D als 3D, aber ich gucke mir die eigentlich gerne alle an. Und Ich-einfach-unverbesserlich 1 mochte ich damals gerne. Da hatte ich noch kein Gefühl zu den Minions, da war ja auch der Hype noch nicht da, offensichtlich, weil der Film ja da gerade erst rauskam. Und hab auch alle anderen gesehen, auch wenn ich mich an 2 und 3 grad überhaupt gar nicht erinnern kann. Und habe auch die Minions-Filme beide gesehen. Und den ersten Minions-Film tatsächlich, es mag auch daran liegen, dass meine Erwartungen so schlecht waren, fand ich gar nicht so scheiße. Den zweiten fand ich dagegen richtig scheiße. Also, aber beim ersten, ich war irgendwie dabei, ich verstehe auch, warum Kinder die Minions lustig finden. Es ist halt Slapstick, es ist quatschig, es ist sehr einfach. Ich verstehe aber auch genauso, wie man die Minions hassen kann. Und die Geschichte um Gru, die fand ich irgendwie ganz süß damals. Wie sieht es denn bei dir aus? Wie stehst du zu dieser Filmreihe? Ja, ich habe den ersten Teil damals, ich glaube, auf DVD gesehen und fand den okay. Nichts weltbewegend, ist aber wirklich okay. Und es ist tatsächlich auch der einzige Teil, also mit den Spin-Offs Minions inbegriffen, an deren Geschichte ich mich auch erinnern kann. Ansonsten ist das so verschmolzen, so in eine wabbelige, galatartige Masse an Pseudo-Geschichte. Ich kann dir jetzt auch sagen, worum es im vierten Teil geht. Aber insgesamt ist das keine Reihe, für die ich nachts aufstehen würde. Aber es ist natürlich eine Reihe, die popkulturell schon ganz interessant ist, weil sie ist ja enorm erfolgreich. Also du kannst sagen, alle zwei Jahre kommt ein Minions-Film oder ein Groove-Film, wenn ich es mal raus. Und in Köln ist alles voll tapeziert mit diesen Minions. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Hamburg gerade aussieht. Also als Werbung meinst du, dass da die Werbung für den Film tapeziert ist? Okay, ja, ist mir gerade nicht aufgefallen, aber vielleicht kommt es ja noch in der nächsten Woche. Wir nehmen das hier ja in der Woche vorm 11. Juli auf, vielleicht kommt es dann ja noch. Aber ich finde schon, dass man merkt, dass ich deutlich mehr Werbung jetzt von den Minions sehe, als jetzt zum Beispiel von Alles steht Kopf 2, der ja aktuell im Kinos läuft. Sehr erfolgreich, by the way. Also die Minions sind schon so, die sind aus meiner Perspektive halt immer so omnipräsent und deswegen vielleicht auch so ein bisschen nervtötend. Ja, nachvollziehbar, ja. Kennst du die Rabbids von Ubisoft, die sie aus diesem Videospiel- Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Genau, ich glaube, die kamen auch zuerst. Also ich hatte immer das Gefühl, dass die Minions so ein Abklatsch von denen waren. Deswegen kämpfe wir ja recht Ubisoft. Gut. Ja, okay, es ist ja auch nicht so schwer. Du hast einfach trottelige viele Figuren, die dauernd hinfallen, wie gesagt Slapstick machen und dann diese Fantasiesprache. Voll smart übrigens, finde ich. Die Minions sprechen ja so einen Kauderwelsch aus allen möglichen Sprachen und immer mal wieder hört man auch ein deutsches Wort raus. Ja. Und finde ich echt ultra smart. Du musst die nicht synchronisieren. Synchro ist ja immer auch voll der Aufwand. Und du kannst bei jeder Sprache dich so ein bisschen anbiedern. Finde ich echt sehr klug. Ja, also aus marketingtechnischer Sicht sind die Minions super. Mhm. Ja, keine Frage. Also ganz ehrlich, wenn ich die Minions erfunden hätte, ich würde sie lieben bis zum Mond. Ganz ehrlich. Und diesen Satz von dir, den schneiden wir jetzt irgendwann raus und nehmen das marketingtechnisch raus. Aus, sind die Minions super, Stu. Es wäre nicht das erste Mal, dass mir sowas ähnliches passiert, glaub mir. Okay. Okay, gut. Also wir wissen jetzt, wie wir beide zu den Minions und zu dem ganzen Franchise stehen. Ich würde mich mal eher auf der Seite positionieren. Kein Fan und du sagst, so kann man machen, muss man nicht machen. Ja, und ich habe ja auch zwei Kinder. Das ist ja dann nochmal was anderes. Mit denen habe ich auch die Minions-Filme geguckt, die hätte ich jetzt nicht. Doch, wobei, ich lüge. Den ersten habe ich allein mal im Flugzeug gesehen vor 300 Jahren. Du Rabenmutter, du liebst deine Kinder nicht. Nein, ich liebe meine Kinder nicht. Hier sei es offiziell gesagt. Und den zweiten habe ich mit ihnen geguckt. Die fanden es witzig. Mein Großer ist sechs, aber dazu auch gleich mehr, weil der war bei der Vorführung dieses Films Teil 4 dabei. Wie der den fand, ist vielleicht ausschlaggebend für alle anderen mit Kindern oder auch ohne Kinder unter euch da draußen. Ja. Gut. Wenn du willst, kann ich eben mal kurz versuchen zu rekapitulieren, welche Geschichte da eigentlich erzählt wird im vierten Teil. Beziehungsweise, das ist falsch ausgedrückt. Es war Singular, es muss Plural sein, nämlich Geschichten. Denn der vierte Teil ist eine Ansammlung an diversen Geschichten. Da hätten wir einmal Gru, der eine alte Rivalität mit einem Schulkameraden oder Schulrivalen wieder aufleben lässt. Was dazu führt, dass er und seine Familie, die mittlerweile auch Nachwuchs haben, mit Gru Junior, einem Gru Baby. Und die müssen dann letztendlich ins Scholgen, 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 Scholgenschutzprogramm. Wer kennt das nicht? Nicht wahr? Das Scholgenschutzprogramm. Ja. Nee, es gab noch irgendwas mit einem Honigdachs. Das kommt auch noch. Ja, das passiert dann. Dann wird in der Geschichte eine Geschichte aufgemacht, dass die Nachbarin in diesem Zeugenschutzprogramm, die werden natürlich ein ganz langweiliges Dorf versetzt in einen reichen Schnösel-Vorort-Dorf. Und die Tochter weiß aber, wer Gru ist und erpresst ihn damit und sagt dann hier, ich sag allen, wer du bist. Das hat sie einfach im Internet rausgefunden. Kann ja dann jeder offensichtlich. Und erpresst ihn halt mit, hier begleite mich auf einem Coup, sonst verrate ich eben allen, wer du bist. Ich glaube, das hätten wir dann alle Geschichten, die so erzählt werden innerhalb von 90 Minuten, oder? Ja. Ich glaube, ich habe dann auch schon mal einen meiner Kritikpunkte gefunden, den ich jetzt hier gerne anbringen möchte. Der Film ist scheiße erzählt. Also ich finde, dass er ist für mich als Erwachsener, als volljähriger Mensch, nicht geschafft hat, mir irgendeine Geschichte wirklich adäquat zu präsentieren. Das war so eine Mixtur aus, hier ist mal die Geschichte, dann kommen wir auf zur anderen Geschichte, dann gibt es halt immer noch diese, ich sag mal Intermezzos mit den Minions. Und ich saß da noch 90 Minuten und hatte nicht das Gefühl, dass ich auch nur ansatzweise eine wirklich zu Ende gedachte Geschichte vorgesetzt bekomme. Wie war es bei dir? Mir fällt gerade noch ein, wir haben ja noch diese, du hast ja schon gesagt, es gibt diesen Guru Junior noch, also dieses gibt es als kleine Storystrang auch, Storystrang auch noch, wie Guru und sein Baby, ja mit den Schuss haben wir es heute, das Baby hat irgendwie noch keinen so Kontakt zu seinem Vater und das stört ihn natürlich auch ein bisschen und diese Vater-Sohn-Beziehung wird dann auch noch ein bisschen, kriegen noch ein bisschen Raum in dem Film. Ja, wie ist der Film erzählt? Also ich war ja in der Pressevorstellung mit meinen zwei... Das war ich auch so, was ist das nicht? Ja, mit meinen zwei Kindern. Lass mich den Satz beenden, das ist das Wichtige in diesem Satz. Und... Oh, jetzt kommt wieder raus, die ganze Kinder hat. Ja, okay. Oh Mann, wie oft muss ich darüber reden? Und dieses Kino, du weißt ja, oder ihr da draußen, ihr wisst es nicht, in Pressevorstellungen, da sind ungefähr so, lass es maximal 50 Leute. Der Kinosaal ist nie voll. Und hier in dieser Vorstellung war der Kinosaal voll bis oben. Und zwar mit Kindern. Es war eine Schulklasse dabei. Es waren so viele Kinder dabei. Und auch meine, falls ich es noch nicht erwähnt hatte. Und dem Großen, der ist sechs, dem war es wirklich herzlich egal, ob da eine Geschichte erzählt wurde oder nicht. Ich saß da eher mit einer Kritikerbrille und dachte auf, hä, was passiert denn jetzt? Ging es nicht gerade darum, dass es diesen Bösewicht gibt? Ist der jetzt scheißegal? Ah ja, er ist scheißegal, solange die Geschichte erzählt wird, wie die Mutter im Supermarkt mit ihren zwei Kindern alles umschmeißt. Ah, jetzt ist es auch egal, weil eben dieser, wie du gesagt hast, dieser Honigdachs entführt wird. Also die Rahmenhandlung ist völlig egal. Warum gibt es die? Das sind aneinander gepropfte Storysstränge, die hier eben erzählt werden. Und darum geht es auch nicht in diesem Film. Also das sollte einem egal sein, wie die Geschichte erzählt wird. Weil sie ist einfach irrelevant. Ja. Also was ich noch erwähnen möchte, ich habe ihn ja auch, wie du auch in einem Kino gesehen, das voller Kinder war. Und ich finde, man hat gemerkt, dass die da auch wirklich weitaus mehr investiert sind in den Film als ich. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Screening von If, diesen imaginären Freunde, wo auch Kinder anwesend war. Und da hast du sehr schnell gemerkt, dass die Kinder mit dem Film nicht so viel anfangen konnten. Vielleicht wurde er einfach zu kompliziert erzählt worden. Es ist ja egal. Auf jeden Fall hast du gemerkt, da sind die immer wieder aufgestanden, sind rausgegangen zur Toilette etc. Und bei jetzt ich einfach unvermesslich vier, hast du natürlich gemerkt, dass Kinder im Saal sind. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber die waren aufmerksam. Die haben viel gelacht. Die sind nicht rausgegangen. Die haben da wirklich 100 Minuten angesessen und haben halt das getan, was sie tun sollen, nämlich sich den Film angucken und darauf zu reagieren. Von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, dass der Film nicht empfehlenswert ist für ein gewisses Publikum. Denn ich kann nicht sagen, dass die keinen Spaß hatten. Nee, die hatten wirklich großen Spaß. Das hat man gemerkt. Und das Problem ist halt, ich bin halt keine sechs Jahre alt mehr. Ich bin mittlerweile schon zwölf. Ja, und wir haben ja auch Anspruch. Wir wollen nicht einfach nur lustige Sachen sehen. Wir wollen, dass die lustigen Sachen auch Sinn ergeben. Wir sind doch hier im echten Leben. Ja, und ich muss auch noch kurz dazu sagen, also mein Sechsjähriger hatte, wie gesagt, sehr viel Spaß. Ich glaube, dieser Teil ist der Erste, der auch FSK 6 hat. Die anderen drei davor, also ohne die Minutes-Filme, die haben bestimmt auch null, hatten FSK null. Und ich glaube, dass diese FSK-Freigabe auch durchaus berechtigt ist, wie alle anderen, vor allem die Minutes-Filme, ist dieser Film auch recht hektisch. Es passiert sehr viel, sehr viel in kurzer Zeit und das will der Film auch. Und es gibt auch allein dieser Gegner, von dem du vorhin gesprochen hast, dieser, wie hieß er nochmal? Keine Ahnung, irgendwie Mückenmann, Cockroach, Kakerlake? Maxime Le Mal, genau. Im Original, wie du gesagt hast, im Original gesprochen von Will Ferrell, auf Deutsch gesprochen von Herrn Knossi. Ja, darüber reden wir gleich nochmal. Genau, da reden wir gleich nochmal. Und dieser Gegner, der ist eben, wie du sagst, der ist so ein Kakerlaken-Hybrid und hat auch eine Kakerlaken, als seine Minions sind quasi Kakerlaken. Und der hat dann so eine Kakerlaken-Kanone, mit dem er Menschen in Kakerlaken verwandeln kann. Und das fand ich schon ziemlich gruselig. Deswegen war es für mich in Ordnung, dass das eben FSK 6 hat, neben der ganzen Hektik. Auch so ein bisschen vom Visuellen und vom Storytelling her kommt da diese FSK, würde ich denken. Ja, also tatsächlich haben sie bei uns im Kino laut gelacht, als er diesen einen Tankwart verwandelt hat. Und für mich wirkt es auch nicht komisch, aber wie gesagt, ich habe halt eine andere Perspektive auf die ganze Sache. Ich fand das verstörend. Ja, aber... Boah, wie ekelhaft. Aber wir zwei, wir wissen ja, wie ich zu Bodyhorror und so einem Kram und generell zu Horror stehe. Kinder, hört mal bitte weg, aber eigentlich muss man immer noch mal sagen, Tante Schlocker ist echt eine Pussy, was das angeht. Ich verbitte mir das. Hört in unseren Podcast Schocker mit Schluckereien, wo du mich zwingst, Horrorfilme zu gucken und dann seht ihr, dass ich überhaupt niemals eine Pussy bin. Ja. Ich möchte mich dazu nicht weiter äußern. Ich glaube, egal, was ich sage, es wird gegen mich verwendet werden. Du hast ja schon gesagt, dass dieser Knossi heißt ja, den Schurken spricht. Und ich weiß, pass auf, jetzt kommt es raus, ich habe den Namen schon ganz oft gehört. Ich weiß, dass es irgendwie so eine Stream- YouTube-Persönlichkeit ist, Influencer oder sonst was. Ich habe aber ansonsten keine Ahnung, wer dieser Herr ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nehmt doch bitte richtige Sprecher. Also, natürlich, klar, fürs Marketing ist es wahrscheinlich cool, dass du den coolen Kids sagen kannst, guck mal, der Knossi, der spricht bei uns mit. Aber es tut mir wirklich leid, du hast halt so einen Will Ferrell, der ja wirklich als Sprecher was hermacht, dann nutzt doch bitte auch einen, im Gegensatz zu einem richtigen Sprecher. Ich finde, wir nähern uns, was die Synchronisation von Animationsfilmen angeht, so ein bisschen wieder an die frühen 2000er an, wo tatsächlich Verona Feldbusch und Boris Becker teils wichtige Figuren synchronisiert haben in Animationsfilmen. Und ich möchte das nicht zurückhaben. Ja, wir haben jetzt, und da, ich glaube, das Blöde ist, dass es ganz viele Leute sind, die du und ich einfach nicht mehr kennen. Warum auch immer. Oder nicht kennen. Das ist das eigentliche Problem. Das ist das eigentliche Problem, genau. Entweder, weil wir uns nicht in den Kreisen bewegen oder weil wir aus dem Alter raus sind, wo die ganzen Influencer und YouTuber diese Rollen kriegen. Er ist mir nicht negativ aufgefallen, muss ich sagen, aber er ist mir auch nicht positiv aufgefallen. Als ich dann im Abspann gesehen habe, dass Will Ferrell den spricht, und ich darf es hier laut sagen, ich mag Will Ferrell sehr gerne, das ist einfach ein Charakter. Also der, der hat einfach, der hat was Besonderes. Und die Stimme hier von Maxim Le Mal, die ist mir einfach, als, die ist durchgeflossen, als wäre gar nichts passiert. Also auch nicht, nicht negativ, das ist ja dann gut, aber eben auch nicht positiv. Ja. Ansonsten, animationstechnisch bin ich jetzt kein Experte, da kennst du dich wahrscheinlich wesentlich besser aus. Solide, ist auf jeden Fall solide. Okay, weil das Gefühl hatte ich auch. Also ich hatte sowieso, muss ich sagen, diese ganzen, ja, Universal hier von Indimination, die sind alle echt gut animiert, aber ich finde so, allein was die Qualität angeht, sowas wie jetzt, Alistair Kopf 2, sieht dann schon hochwertig aus, finde ich. Ja, es ist auch, das liegt auch am Charakterdesign. Also man sieht hier, allein durch Gru, der ist ja jetzt keine atypische Schönheit, ich meine, er soll ja auch ein Bösewicht sein, aber der gibt so ein bisschen vor, die Figuren, da sind alle so ein bisschen, die haben kantige Kinne, die haben lange Nasen, die sind sehr, haben schlachsige Körperteile, sehr komische Körperformen. Also in sowas wie Disney, Pixar sind die Figuren alle ein bisschen, in Anführungsstrichen, schöner. Und hier hast du eben so ein bisschen markantere Figuren. Das ist eine Ästhetik, die muss einem natürlich auch gefallen. auch hier diese ganzen Vororts-Snobs, die man hier sieht oder auch die Tochter ist, jetzt ist das kein hübsches Mädchen, sondern sieht halt anders aus. Und das ist, wie gesagt, da muss man sich reingucken oder das muss man halt so annehmen. Man sieht schon die Dreamworks-Ästhetik, also hier in Despicable Me 4 oder ich einfach unverbesserlich 4, da taucht zum Beispiel auch ein Hund auf und der Hund sieht genauso aus wie hier in Pets. Also du siehst da auch schon, dass die auch schon einen durchgängigen Stil haben, aber es ist halt auf jeden Fall anders als von Pixar. Aber sie schaffen es ja zumindest, dass du alleine von der Silhouette her die Figur unterscheiden kannst. Also wenn du so den Umriss von Gru siehst, würde ich glaube ich Gru mittlerweile nach gefühlten 5 oder 6 Filmen auch erkennen. Ja, auf jeden Fall. Und man könnte jetzt da hinstellen, ob du die Silhouette zwischen Rapunzel, Elsa und Vajana jetzt groß unterscheiden könntest oder ihr Gesicht. Also die haben ja schon eine sehr starke, das wirft man denen ja auch vor, dass die Figuren sich alle so ähnlich sehen mittlerweile. Und hier bei Dreamworks, zumindest bei den Figuren, möchte ich denen zugutesprechen, dass die ein bisschen besonders aussehen oder es zumindest damals getan haben. Ja, ja. Was ich halt auch sagen muss, ich glaube es war der erste Minions-Film. Den habe ich damals mit Freunden im Kino geguckt und es war für mich wirklich eine Qual. Eine wirklich psychologische Qual. Und seitdem ich das durchgemacht habe, begegne ich jedem Film dieser Reihe nach dem Motto, okay, ich will den ja gucken, weil ich neugierig bin. Aber ich erwarte nicht, dass es mir gefällt. Ich erwarte sogar, dass es mich wirklich nervt. Das ist ein bisschen wie bei mir ein Horrorfilm. Ich bin neugierig und will sie sehen, aber denke die ganze Zeit, eigentlich will ich sie dann nicht sehen. Ich möchte diese Gefühle nicht fühlen. Aber ich bin neugierig. Okay, interessant. Genau. Jetzt komme ich aus dieser Sichtung raus von Teil 4 und muss ganz klar sagen, ich fand den nicht gut. Aber er hat mich nicht genervt. Das war wirklich so, ich saß da, ich habe all das bekommen, was ich erwartet habe. Also wie der Humor funktioniert, wie die Figuren auftreten. Dass der keine wirklich interessante oder wohlkombinierte Geschichte hat. Aber es war alles so, also es kam halt all das vor, was ich erwartet habe. und dementsprechend war es nicht so schlimm. Und ja. Minion, nicht so schlimm. Ja, also es sind so ein paar Sachen drin, die mich halt auch wirklich stören. Also dieses Rumgefranste bei der Geschichte einfach. Ich hatte irgendwann wirklich genug und dachte, erzählt mir doch bitte einfach jetzt mal die Geschichte zu Ende. Und mache nicht immer hier noch eine Geschichte auf, hier eine Geschichte auf. Aber nach gut einer Stunde war mir klar, das wird nicht mehr passieren. Ich weiß halt nicht so dieses, es ist mir halt stellenweise auch ein bisschen zu kitschig. Glaube ich. Das ist auch was, was mich stört. Aber da kann ich auch verstehen, wenn man sagt, dass einem das abholt. Zu kitschig? Was meinst du damit? Ja, so dieses Familienidyl. Was da so. Ach so. Und alle. Und weißt du, und die vier Mädels, die seit Teil 1 auch nicht älter geworden sind. Drei Mädels. Oder drei Mädels, pardon. Ja, diese Kulleraugen, wenn dann die eine im Zeugenschutzprogramm das Problem hat, dass sie ja gesagt hat, sie möchte nicht lügen und kann dann ihren neuen Namen nicht. Das ist so, ich glaube aus einer kindlichen Perspektive ist das total spaßig und spannend und angenehm. Aber ich als über 40-jähriger emotionaler Klotz sitzt da halt einfach und denke mir so, mach, dass es einfach aufhört, bitte. Ja, ist also, dadurch, dass wir diesen Patchwork-Aspekt hinten dran haben, ist es ja schon ein bisschen neu und nicht ganz spießig konservativ. Aber ja, dass die nicht älter werden, finde ich schwierig, weil wir ja zwischendrin eine neue Frau haben und ein Kind. Also da ist offensichtlich Zeit vergangen. Du kannst hier nicht Mickey-Maus-Logik anwenden, dass eh alles gleich bleibt. Da hätte ich auch mir gewünscht, dass die mindestens ein kleines bisschen älter einfach werden. Und es tut mir leid, bin ich der Einzige, der sich Grube im Sex vorgestellt hat? Nee, das ist okay. Okay, ich merke schon. Too far. Nein, es ist für mich in Ordnung. Ich finde die Vorstellung gar nicht so schlimm. Der darf auch Sex haben, meinetwegen. Aber was mich stört, ist so ein bisschen dieses immer more of the same. Also, okay, Teil 2, was machen wir? Mehr vom Gleichen. Okay, Teil 3, was machen wir? Noch mehr vom Gleichen. Teil 4, was machen wir jetzt? Okay, Superhelden-Minions. Und noch ein Bösewicht, der Superhelden-Minion-Kakerlaken hat. Und was weiß ich, was da alles passiert. Und das stört mich so ein bisschen, wobei ich sagen muss, dass ich die Superhelden-Minions gar nicht so blöd fand. Also, es ist halt ... Du und ich, wir sagen es ja schon, das ist kein guter Film. Das ist kein Film, an den man sich erinnert. Es ist ein Film, mit dem Kinder kurzweilig sehr viel Spaß haben können. Aber es ist auch kein Film, an den sich wahrscheinlich die Kinder erinnern. Die werden sich eher erinnern an sowas wie, ich hoffe es zumindest, vielleicht ist das auch eine Borniertheit, die hier aus mir spricht, an sowas wie Luca oder so. Halt irgendwelche runden, schönen Geschichten und nicht so eine Aneinanderreihung von Gags. Oder? Ja, glaube ich auch. Also, es war ja mal früher gang und gäbe, dass du bei Animationsfilmen immer noch so einen Vorfilm bekommst, wo auch dann oft die Figuren aus dem Film nochmal auftauchen. Und ich einfach unvermesslich vier wirkt so ein bisschen wie so, sie haben irgendwie fünf Vorfilme produziert und die haben irgendwie zusammen gemorft. So kam es mir halt teilweise vor. Weil ich glaube, wenn ich so einen 10-minütigen Short gesehen hätte, wo die Minions als Superhelden einfach kraustürfen nicht gesagt so, Leute, wisst ihr was? Das nehme ich. Das hat Spaß gemacht. Dankeschön. War nett. Aber so als Spielfilm getan, funktioniert das für mich irgendwie nicht. Aber ich komme halt immer wieder bei dem gleichen Ergebnis raus. Es ist nicht meins, aber ich glaube, wenn ich sechs Jahre alt gewesen wäre, wie dann viele Just, dann hätte ich glaube ich auch echt Spaß gehabt. Ja, also wir sind hier mal wieder da, dass wir beide den Film eigentlich nicht gut finden, aber ihn trotzdem für die Zielgruppe empfehlen würden, oder? Also ich würde mit einem sechsjährigen und älteren Kind... Genau, Kinder und Zurückgebliebenen. Hust. Kinder und Zurück... Also da hat man durchaus... Das ist wie bei McDonald's essen gehen. Ihr habt da kurzfristig eine nette Zeit. Vielleicht kriegt ihr auch ein geiles Spielzeug in eurer Junior-Tüte, wie es damals hieß, aber richtig satt werdet ihr davon auch nicht. Das stimmt. Ja, und ich habe halt jetzt noch ein Luxusproblem tatsächlich. Okay, was ist das? Der startet ja am 11. Juli und am 12. Juli habe ich mich erabredet mit meinen alten, mit den ältesten Freunden, die ich habe, die kenne ich seit meiner Schulzeit. Und wir wollten dann lecker essen gehen und danach ins Kino. Das machen wir halt so alle paar Monate. McDonald's und einfach unsverwässlich vier. Nee, nee, nee. All-You-Can-Eat-Buffet beim Mongolen und danach ins Kino, weil das in der zweiten Etage drüber ist. Wir rollen dann quasi vom Buffet ins Kino, weißt du. Okay. Und wie gesagt, wir treffen uns am Freitag, an einem Tag nach Start von Ich einfach unverbesserlich vier. Und die haben schon gefragt, was denn so läuft. Und ich weiß, dass die alle total scharp auf diesem Film sind. Und ich versuche gerade irgendwie, ihnen klarzumachen, Leute, wenn ihr den gucken wollt, ich halte euch nicht auf, aber wisst ihr was? Lasst mich am Buffet zurück. Ich möchte den nicht nochmal sehen. Okay, Moment. Also deine Freunde, die so alt sind wie du, haben richtig Bock auf Ich einfach unverbesserlich. Was soll ich sagen? Sie haben ihre Fehler, aber sie sind trotzdem sehr nett. Und meinst du, die werden den Film auch mögen? Ich glaube, ja. Also jetzt mal ganz ehrlich. Gut, also für sechs Jahre und Unterbliebene. Liebest du es, Freunde? Verdammt. Mittlerweile verstehe ich, warum ich Single bin. Okay, aber ich meine ja nur, dass man eben auch sagen kann, das ist nicht nur was für Kinder, sondern das ist ja auch ein kurzweiliger Film, der einfach quatschig ist und kurzweilig ist. Ja, Leute, wenn ihr damit Spaß habt, habt Spaß damit. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Und das mit ihnen zurückgeblieben, das war ja nur ein kleiner Witz. War ja nur ein Witz von Stupid. Geht trotzdem mit dem zum Mongolen, bitte. Ja, gut. Ihr könnt natürlich trotzdem in die Kommentare schreiben, dass ich ein Arschloch bin oder so. Hauptsache Traffic, ganz ehrlich. Das ist nicht egal. Aber ja, es ist, ich meine, die sind einfach erfolgreich. Wenn die nicht erfolgreich wären, gäbe es keine vier Teile und zwei Spin-Offs. Das muss man auch mal sagen. Und zumindest, ich sehe jetzt auch wieder vermehrt im Supermarkt auch so Minions-Produkte. Es ist nicht so schlimm, als der Minions-Film rauskam, dieser Solo-Film. Da war wirklich, das fand ich ganz schlimm. Da hatte ich das Gefühl, es gab nichts ohne Minions. Ja, also es ist halt, wie gesagt, wirklich so. Was will man denn sagen? Es ist kein guter Film. Es ist eine Commerz-Maschine. Da wird manipuliert ohne Ende. Es wird nicht viel nachgedacht. Hauptsache, es ist ein schneller Fix. Aber es wird die Kinder und, ich zitiere Stu, Zurückgebliebenen unter euch einfach, es wird ihnen das geben, was ihr euch wünscht. Ich überlege gerade wirklich, ob ich bei der Überschrift hinterschreiben soll, für Kinder und Zurückgebliebenen. Ja, wir sagen ja nicht, dass der Film... Ja, okay. Also, wenn du jetzt so eine Fünf-Sterne... Nee, das ist Quatsch. Das machen wir gar nicht. Wir haben ja schon gesagt, wie wir den Film hier finden. Aber von uns dann eine halbe Empfehlung. Eigentlich gar keine, weil Scheiß-Film, aber eigentlich eine für die Zielgruppe. Naja, also bei mir ist es halt so, ich sage, der ist nicht gut, aber er tut nicht weh. Also, ob das jetzt eine Empfehlung ist, mhm, mhm, mhm. Aber ich glaube, wenn man deine Meinung und meine Meinung zusammen fusioniert, dann kommt da schon so eine leichte, kann man gucken Empfehlung raus, glaube ich. Ja, also besser als Minions 2, den fand ich echt richtig scheiße. Wobei, es kann auch sein, dass ich den hier richtig scheiße gefunden hätte, wenn ich den im Home-Kino gesehen hätte und nicht auf der großen Leinwand. Denn Kino macht Sachen ja schon ein bisschen besser. Definitiv, definitiv. Deswegen könnte ich mir eben vorstellen, dass es eben noch der Event-Charakter ist, wenn man mit den zurückgebliebenen Freunden und mit den Kindern ins Kino geht, dass es dafür dann eben die Empfehlung ist. Aber hey. Und nicht unbedingt, um sie zu Hause zu gucken. Aber hey, den letzten Film von Demination, diesen Entenfilm, den mochte ich wirklich ganz gerne. Den fand ich wirklich spaßig. Ja, den haben wir zusammen besprochen, genau. Ah ja, okay. Also nur, dass es nicht heißt, dass ich alles von Demination verkacke finde. Wobei, Pets fand ich furchtbar. Ähm, ich höre besser auf. Nee, aber, ähm. Pets fand ich, glaube ich, auch. War auch kein guter Film, aber auch total solide. Weißt du, das große Problem in diesem ganzen Franchise, also Minions, ist halt wirklich, wie ich schon am Anfang sagte, ich kriege noch die Geschichte vom ersten Teil grob zusammen. Dennoch hört es echt auf. Also ich würde nicht mehr sagen. Die Geschichte von Minions kriege ich auch noch zusammen. Das sind halt diese Minions, die irgendwann aus der Ursuppe sich entwickeln und einen Anführer brauchen. Und das fand ich irgendwie ganz süß erzählt. Das hat mir gefallen. Das war aber auch eine große Geschichte da dahinter. Okay, ich habe wirklich keine Erinnerung mehr dran. Also ich, äh, du könntest das, glaube ich, fusionieren mit dem zweiten Teil von ich einfach besserlich. Und, aber gut, weißt du, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Wir haben quasi alles gesagt und können, glaube ich, jetzt zum Winke-Winke kommen. Oder willst du noch ein Fazit geben, was wir jetzt seit zehn Minuten eigentlich schon gemacht haben? Genau, haben wir schon gemacht. Sonst bleiben wir am Ende auch in der Getränke, wie der Minion in der Getränke, in dem Getränkeautomaten. Das war lustig, da kommt ja nicht raus. Ja, und am Ende kommt er doch einfach ganz schnell raus. Ah, Spoiler. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Schlussstrich. Ihr wisst, was ihr für diesen Podcast mitzunehmen habt. Wenn nicht, ist das nicht unser Problem. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt daran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Da könnt ihr auch kommentieren. Wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Außerdem haben wir einen total sexy, grandiosen, supergeilen Discord-Server. tele-stammtisch.de slash Discord. Da findet ihr uns. Oder geht einfach dem Link nach, den ihr hier garantiert auch irgendwo findet. Ja. Es tut mir leid, in meinem Kopf springt gerade ein kleiner Minion rauf und runter. Ich sage Tschüss und Schlogger, dir gebütigt das letzte Wort. Das letzte Wort. Wenn ihr mehr wissen wollt, warum ich über Animationen beziehungsweise Illustrationen und Charakter-Design überhaupt Ahnung habe, dann deswegen, weil ich auch Comiczeichner und Illustratorin bin, das könnt ihr euch zu Gemüte führen, zum Beispiel auf meiner Webseite schlogger.de oder auf Social Media unter dem Handel TheSchlogger. Da könnt ihr meine Comics lesen und gucken, ob meine Sachen denn überhaupt euch zeigen, dass ich über sowas sprechen kann. Ja gut, jetzt war es mit mich auf den letzten Metern. Deswegen sage ich auch ich hier schnell Tschüss und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.